Also, ihr wisst ja Bescheid, ich bin der beste Babysitter der Welt, ne? Let's go! Hey, you! Ich werde ein paar Stunden raus, also bitte, dass ihr ein Augenblick auf Baby Lirius und ich sollte nach Hause um 7 Uhr sein. Love you, bye! Love you too, Baby! Okay. Du und ich. Es wird nichts passieren. Wenn du Scheiße baust, werde ich dich komplett auseinandernehmen. Ich werde dich so wegwerfen. Ich werde dich richtig wegwerfen, okay? Schau mich nicht so an. Du hast mich schon verstanden. Was schaust du mich so an? Was schaust du mich so an? Okay. Alles klar. Willst Spiele spielen? Alles klar. So, hier kommt deine Flasche. Ah, jetzt bist du glücklich, ne? Soll ich dich mal richtig bewegen? Okay. Dein Bruder hat dir schon Scheiße gebaut, ja? Wenn du auch irgendwas machst, ich verbrenne dich. Okay? Bleib da. Ich hätte doch keinen Sekundenkleber kaufen sollen. Was machst du für eine Scheiße? Wieder da hoch. Und jetzt brav, okay? Sei brav. So, jetzt stinkst du nicht mehr. Okay, ab ins Bett mit dir. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, du bist wie dein Bruder. Ich sage dir erstmal gute Nacht. Schlaf schön. Ah, oha. Neues Zimmer. Das ist der kleine Pisser. Das ist der kleine Pisser da. Ja, okay. Ich komme. Wow. Ab mit dir ins Bett. Ja, den bekommst du auch. Tschüss. Also. Ich gehe jetzt wieder zocken, ja? Ich zocke jetzt. Was macht er mit dem Baby, alter? Was ist ein Unmensch? Zwei Stunden später. Okay, ich muss jetzt, ähm, eine Flasche holen. Küche. Hast du die Sicherung ausgemacht? Wo bist du jetzt? Ach, da bist du. Das ist schon wieder gekackt. Wenn du jetzt noch einmal Scheiße baust. Ich zünd deine Haare an. Wo ist jetzt das Kind hin? Ich weiß schon, wo sie landet. Es reicht. Es reicht. Was ist dein Problem? Ich scheiße auf dein Teddybär. Hä? Was hast du gemacht? Oh, scheiße. Ich habe sie verloren. Ah, nein, da ist sie. Was hast du? Was hast du? sowas von verdient. Und du auch. Komm her. Du auch. Hier. Und hier. Geh zu deinem Teddybär. Trotz, ich gehe jetzt zocken. Scheiße auf euch. Komm, verreck. Ich scheiße Babys. Ja, okay, komm. Ich hole deinen Teddybär. Mann, hol mal nicht so rum. Ja, sie sind tickt. Hey, ich hoffe, dass alles gut geht. Alles ist gut bei dir. Ich spiele so ein Feuerwehrspiel. Die Küche ist super. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Na, schade, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Hier ist dein Teddy. We have your baby. Kannst du behalten, ganz ehrlich. Alles gut, kannst du behalten. Find a weapon. Okay. Ich brauche eine Waffe. Okay. Wo ist das Baby? Also, ich will euch nicht schlagen. Ich will das Baby schlagen. Du kannst auch fliegen wie dein Bruder. Ihr seid echt verdammt. Ich hasse euch. Was guckst du so? Du wolltest ein 1 gegen 1 und jetzt bekommst du den. Erst die Teddybär. Du dammt dich. Oh. Scheiße, ich habe dich. Ja. Verbrennen. Komm. Ich bring dir jetzt Warzone. Bye. Ah. Hier war mein Gaming Room. So. Hier. Du guckst jetzt zu wie ich streame. schau auf das spiel und nicht auf mich ich was nicht